Analysten sagen, dass 2022 durch Agilität und Kosteneffizienz anstelle von Blockchain-Reinheit definiert wird. Der gesamte Kryptomarkt hat 2021 große Fortschritte in Richtung Massenadoption gemacht, und jetzt, da das Jahr fast abgeschlossen ist, legen Analysten ihre Kursziele für 2022 fest. Vor Ende 2021, und obwohl dies unwahrscheinlich erscheint, erwarten die meisten Anleger, dass das wichtige Preisniveau vor dem zweiten Quartal 2022 erreicht wird. Hier ist ein Blick auf einige der Bitcoin-Preisprognosen, die Analysten im Jahr 2022 erwarten. Bitcoin ist immer noch auf dem besten Weg, die 100.000-Dollar-Marke zu überschreiten. Analysten waren zurückhaltender bei der Bereitstellung von Bitcoin-Vorhersagen, seit das Stock-to-Flow-Modell von Plan B bis Ende November einen BTC-Preis von 98.000 US-Dollar fälschlicherweise vorhergesagt hatte, obwohl das Modell von August bis Oktober genau richtig war. Während einige Händler nun die Gültigkeit des Stock-to-Flow-Preismodells infrage stellen, sieht der Krypto-Analyst und Pseudonyme-Twitter-Benutzer Decode ja immer noch, dass BTC innerhalb der nächsten Monate die 100.000-Dollar-Marke überschreitet und laut dem Analysten der Preis steigen könnte bis Ende 2022 auf 250.000 US-Dollar. Wie im obigen Tweet gezeigt, sieht Decode ja, dass Bitcoin bis zum siebten Verordnungen kommen 2022. Einen Einblick in die Zukunft des gesamten Kryptowährungs-Ökosystems gab David Liffjitz, geschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment Officer bei ExoAlpha, der feststellte, dass Kryptos auch 2022 noch existieren in dem Sinne, dass die Regierungen sie nicht verbieten werden. Stattdessen schlug Liffjitz vor, dass sie sie regulieren wollen, um Kryptos im Vergleich zu Fiat-Währungen an einer engen Leine zu halten und sie auch als steuerpflichtige Einkommensquelle zu sehen, um ihre Kassen aufzufüllen. Da das Defi-Ökosystem weiter wächst und neue Fähigkeiten entwickelt, prognostiziert Liffjitz, dass Banken und Versicherungsunternehmen gezwungen sein werden, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, während Mittelständler stärker gefährdet sind. Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Crypto. If you want to more update regarding WTN Crypto, then subscribe our channel, press the bell icon and thanks for watching our video. Thank you very much.